informationen ich werde angeballert ich weiß nicht mal von wo ich habe mich gut scheiße das war natürlich jetzt sehr sehr grottisch roten mäßig was denn es da oben meine leute ja ich merks wo gut gemacht gut gemacht okay danke schön Wir haben es! Hatzen, die Satellitenschüssel abschalten! Ähm... Ich hab mich schon gefragt, wer ist der Pirat denn? Aber das ist ja nur Dingens. Schießen! Ah, jetzt. Einfach X drücken. Sieht überhaupt nicht nach stark stumm aus. Ich betegen Sie, dass die Station offline ist. Over. Sie werden schon bald wissen, dass wir hier sind. Also los! Raketenwerfer auf dem Kamm! Oh shit! Scheiße! Und da ist er tot. Wir haben Harris verloren! Labine! Oh no! Oh no! Oh no! Senex! Du 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 du. Oh no! Mist! Sie haben mit der Evakuierung begonnen! Los! Wollen wir mal ein bisschen aufrollen hierher. Eine nach dem anderen wegkauen, so zu sagen. Dann kam eine Granate geflogen aber ich weiß nicht wohin. Granate raus Oh shit, ich seh's, ich seh's, ich seh's Ich hab mir natürlich die falsche Seite ausgesucht, ich Nein, nein Boah Na, zeig dein Gesicht Bist du nicht tot? Du bist tot Boah, lad doch schneller nach Boah Ah, nee Du solltest eigentlich direkt so auch wechseln Wie sie ihn zusammengeschossen haben Sehen sie diese Dritte? Ja, sie verlaufen durch die ganze Einrichtung Hier wird alles in die Luft gehen Beeilung, Leute, wir haben nicht viel Zeit Geht am Hauseweg Steiner ist nicht hier Sie verriegeln Was ist das? Ich, ich, Steiner Er blockiert unseren Funk, er wusste, dass wir kommen Die Kamera da, er beobachtet uns Was wollen sie? Ziele überall in den Staaten Zellen, die auf das Zeichen waren, Nova 6 freizusetzen Nova 6 als Waffe Die Zahlenübertragungen, was bedeuten sie? Ich erzähle alles, enttauscht gegen meine Sicherheit Ich bin auf der Insel der Wiedergeburt Die Entscheidung liegt bei Ihnen Wir müssen hier weg, jetzt Los, los, hier fliegt gleich alles in die Luft Los, los, hier fliegt gleich alles in die Luft Okay, okay Die Granaten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren Irgendwie Ach du meine Fresse Ach du meine Fresse Ab die Fresse Ziel, aufgeschlossen doch Habe ich ihn? Jo Leck mich, leck mich. Schnell rauf hier. Kann man so höhenrissig sein, wenn er trotzdem noch drüber zu jumpen. Worauf warten wir, Weaver? Der ganze Scheissback bricht zusammen! Hab's gleich! Ich hab's! Ja, schluss, schluss! Die Armee in der guten Kanzelbasis. Aber Hudson und Weaver retteten sich. Es war beinahe geschafft, Mason. Dragovic hat Dover 6 zu einer Waffe gemacht und eingesetzt. Er hat Schläferzellen überall in den USA, die bereit sind. Die USA wollten vor Jahrzehnten in Vertrieblichen. Die Kommunisten warteten, jetzt sind sie bereit. Sie wissen über die Schläferzellen Bescheid. Dragovic benutzt Zahlenfolgen, um mit den Schläferzellen zu kommunizieren. Die Zahlen werden von einem Ort übertragen, Mason. Die Malre sind wohl gut an, Mason. Wir wissen, dass man sie dort programmiert hat. Sie können die Codes übersetzen. Halt! Mason, wir stehen kurz vor dem Krieg. Wo ist die Senderstation? Wo ist die Senderstation? Meister! Geht doch! Geht doch! Geht doch! Ich konnte das wussten. Ich konnte nur Bauman schluchzen hören. Er hatte aufgegeben. Konnte man es ihm übel nehmen? Bauman! Ich bin müde und will es zu Ende bringen. Das meinst du nicht ernst, Bauman! Fick dich, Charlie! Bauman, nicht! Du toter Melkaner! Du verdammtes Arschloch! Der Nächste! Ich bringe euch alle um! Fass mich nicht an! Woods? Scheiße! Man muss ja schon mal sagen, dass die Synchro richtig gut ist eigentlich. Bei manchen Stimmen. Nicht alle. Also Woods und Mace sind zum Beispiel sehr gut gemacht. So! Nicht reden! Spielen! Wie lautet der Plan? Ich denke nach. Ich denke nach. Nicht reden! Eine Chance, Mace. Wir werden sie ergreifen. Okay. Zurück! Du tätest mich nicht! Du erschießen, G.I. Du schießen! Fynn! Dieses Mal! Dieses Mal immer eins! Im Lai! Bereit! Spiele! Die dicke Russe ist natürlich abgehauen direkt. Die Russe! Jetzt! Na los! Wir nehmen doch die AK mit dem Granatwerfer. Und jagen die dicke Sau jetzt. Das ist der Mistkerl nicht entkommen! Ja! Wo ballert der denn denn? Mach das nochmal, dann bist du tot! Doch die Schnauze, Woods! Was... Was machst du auch zwischen den Feinden mittendrin? Olympia? Was ist das denn? Entkommt er! Dann war der Schroßfliebung! Der kommt nicht! Der ploppt natürlich wieder auf hier. Äh, wir haben nur zwei Dinger. Ach, scheiße. Weiter! Lapp's um! Nicht zu hoch! Lade nach! Deckung geben! Lade nach! Deckung geben! Ich bin dein Wasserfall! Felsmann! Der Russe wird sterben! Verdammt recht hat er! Du meinst, du meinst! Lade nach! Kommt er mit seiner Machierte ran! Das war's! Oh, wow, wow! Ich spring doch! Oh, mir ist er nicht gesprungen! Oh, mir ist er nicht gesprungen! Willst du die leben? Scheiß auf den Granatwiffer! Er ist kein Misskäfer sucht zu fliehen! Mach ihn fertig, Messen! Du geh schnellen vorhin! Du hast ihn! Wir bauen ein! Wir bauen ein! Na los! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Räuberleiter! Räuberleiter! Die Zahlen schon wieder! Ravchenkos Anlage kann nicht weit weg sein! Die Tage dieses verfluchten Bastards sind gezählt! Siehst du den Heinz? Den nehmen wir! Was macht der Typ? Der ist unverwundbar! Geile Bugs! Die gibt's nur bei mir! Ohne Witz, was ich schon für Bugs hatte in den Let's Plays teilweise! Aber mit der geilste war, glaube ich, immer nur in Max Payne 3, wo er dann plötzlich auf dem Boden lag, normal herumgeballert hat, dann wieder einfach aufsteht oder so! Das war krank! Das war echt krass! Aber der war auch nicht schlecht jetzt! Vor allen Dingen, ich schieße den an! Schieße auf den anderen, weil ich denke, der ist tot! Oh, der kratzt sich einfach locker am Kopf! Rotor an! Ich steu! Wollen wir mal noch rum fliegen! 12 Millimeter Kanone bereit! Wir haben volle Energie! Bereit! Was heißt 12 Millimeter? 22 Zentimeter oder was meinst du jetzt? Achso! Ja, ich rede vom Knüppel genau! Alle feindlichen Ziele gelten! Verstanden! Wir haben die Koordinaten von Kapchenkos Anlage! Wir folgen dem Flusslauf! Verstanden! Her mit dem Knüppel! Dein Vogel! Halte die Augen unten! Nicht, dass uns einer die Eier abschließt! Wie recht du hast! Nachweis auf dem Fluss! Und da vorne auf der Brücke ist... Die können uns auf der Brücke ist auf der Brücke!